Hallo und schön, dass du hier bist. In diesem Video werden wir eine Tabelle filtern, diese gefilterte Tabelle dann in eine neue Arbeitsmappe hinein kopieren und die neue Arbeitsmappe werden wir dann speichern und schließen. Und das werden wir für alle eindeutigen Werte in einer Spalte machen. Du siehst also, wir haben viel vor. Los geht's! Wir starten in der Excel-Datei, in der auch unsere Tabelle mit den Daten hinterlegt ist. Und diese Tabelle, die konvertieren wir jetzt erstmal zu einer intelligenten Tabelle. Dazu klicken wir irgendwo in die Tabelle hinein, dann machen wir STRG T und klicken hier einmal auf OK. So, ich passe hier ganz grob die Tabellenformatvorlage an, damit das sauber und aufgeräumt aussieht. Und dann benennen wir diese Tabelle mal um. In meinem Fall nenne ich die TBL-Produkte. Mit Enter bestätige ich das und das macht es uns dann gleich einfacher, diese intelligente Tabelle in VBA anzusprechen. Und dort springen wir jetzt auch direkt hin. Also wir öffnen den VBA-Editor, fügen ein neues Modul ein, rechtsklick auf unser VBA-Projekt, einfügen und Modul. Hier sagen wir unsere Prozedur für heute. Also sub heißt filtern, unterstrich kopieren. Und im ersten Schritt möchten wir Variablen dimensionieren. Wir teilen das Ganze in zwei Schritte. Zuerst sagen wir mal, dass wir die Tabelle erstmal filtern nach einem Wert, dann eine neue Arbeitsmappe erstellen, die gefilterte Tabelle dorthin kopieren und diese neue Arbeitsmappe abspeichern und schließen. Und in einem zweiten Schritt sagen wir, wir lesen diese eindeutigen Werte der Spalte aus und machen dann eine Schleife über alle eindeutigen Werte. Und die Schritte, die ich gerade gesagt habe, also Filter setzen, gefilterte Daten rüber kopieren und neue Arbeitsmappe abspeichern, die machen wir dann jeweils für jeden eindeutigen Wert. Das heißt, wir fangen erstmal damit an, den Filter zu setzen und die Tabelle dann rüber zu kopieren. Dazu brauchen wir zwei Variablen. Auf der einen Seite dimrngsrange, also einen Zellbereich. Dort lesen wir jetzt gleich unsere Tabelle ein. Und wir brauchen eine Variable, wir nennen die wb-newsworkbook, also eine Arbeitsmappe und darüber können wir dann die neu erstellte Arbeitsmappe immer schnell ansprechen. Okay, wir möchten unsere Tabelle in eine Range einlesen. Das machen wir über setrng. Set brauchen wir immer bei VBA-Objekten. Falls du dazu Fragen hast, dann schau dir gerne mein Video zu Variablen und Datentypen an. Verlinke ich rechts oben und auch unten in der Videobeschreibung. Wir sagen, wir gehen auf Tabelle 1, das ist der Codename, den wir auch im Projektexplorer sehen. Gehen dort auf List Objects, das heißt die Sammlung aller intelligenten Tabellen auf diesem Tabellenblatt. Und hier suchen wir jetzt nach der Tabelle, die heißt tbl-Produkte. Okay, und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, denn wir möchten nicht das Objekt der intelligenten Tabelle haben, sondern das Range-Objekt, also den Zellbereich. Das heißt, wir sagen hier Punkt Range. Okay, die Tabelle haben wir also schon mal eingelesen. Jetzt möchten wir unseren Autofilter setzen. Zum Autofilter habe ich schon mal ein eigenes Video gemacht. Falls sich der also näher interessiert oder hier Fragen aufkommen, schau dir gerne das Video dazu an. Wir nutzen den Autofilter hier, um unsere Range anzusprechen. Und wir sagen rng.autofilter. Hier haben wir jetzt verschiedene optionale Argumente, nämlich erstmal das Field. Also welche Spalte möchten wir ansprechen? In unserem Fall ist das Spalte 2. Und nach welchem Kriterium möchten wir denn filtern? Und ich habe ja erstmal gesagt, wir machen das erstmal so, dass wir einen Wert direkt im Code beschreiben. Und wir sagen jetzt hier erstmal, wir möchten nach PCchen filtern. Später machen wir das dann dynamisch. Okay, jetzt möchten wir eine neue Arbeitsmappe erstellen. Und das machen wir auch wieder über set wb-new. Das heißt, wir speichern diese neue Arbeitsmappe direkt in der Variable wbnew. Und eine neue Arbeitsmappe können wir in VBA erstellen, indem wir auf die Sammlung aller Arbeitsmappen gehen, das heißt Workbooks. Und dort wenden wir die Methode add drauf an. Das heißt, wir sagen hier .add und fügen damit eine neue Arbeitsmappe hinzu. Okay. Jetzt möchten wir die gefilterte Tabelle in die neue Arbeitsmappe kopieren. Die gefilterten Tabellendaten, die sprechen wir an über rng. Das ist jetzt erstmal unsere komplette Tabelle. Und jetzt möchten wir nur die gefilterten Daten haben. Das machen wir mit Special Cells, Klammer auf. Hier sehen wir verschiedene Werte. Und wir übergeben hier den Wert xlCellTypeVisible. Also alle sichtbaren Zellen. Das sind genau die, die wir eben herausgefiltert haben. Und hier sagen wir ganz einfach .copy. So, jetzt haben wir die schon mal kopiert. Wo sollen die hin? Nämlich an unsere Destination. Das ist das Argument der Copy-Methode. Und das möchten wir im wb-new haben, also in unserer neuen Arbeitsmappe. Dort gehen wir auf das erste Tabellenblatt. Und ihr kennt das wahrscheinlich. Wenn wir eine neue Excel-Datei erstellen, hat die immer ein Tabellenblatt. Und dort möchten wir die Tabellendaten auch hinein einfügen. Dieses Tabellenblatt, das sprechen wir an über Worksheets. Also die Sammlung aller Tabellenblätter in dieser neuen Arbeitsmappe. Und dort sprechen wir ganz schlicht und einfach das erste Tabellenblatt an mit 1. Okay. Und hier sagen wir jetzt noch, das Ganze soll links oben eingefügt werden. Also in die Zelle A1. Die sprechen wir über Range, Anführungszeichen, A1 an. Okay. Jetzt haben wir die gefilterte Tabelle schon mal dort eingefügt. Und diese neue Arbeitsmappe, die möchten wir jetzt speichern und auch schließen. Schreiben wir einmal auf. Neue Arbeitsmappe. Speichern und schließen. Und glücklicherweise können wir das in einer Zeile Code machen. Das machen wir über wb-new. Also wir sprechen diese Arbeitsmappe an. Und dann sagen wir .close. Damit wird sie schon mal geschlossen. Und mit den Argumenten können wir sagen, dass wir sie auch abspeichern möchten. Also save changes. Das ist das erste Argument. Das setzen wir auf true. Und dann übergeben wir noch ein File Name. File Name ist in dem Fall, wo diese Datei abgespeichert werden soll. Unter welchem Dateinamen und auch welche Dateiendung die Datei haben soll. Und sowas erstelle ich immer am liebsten im Direktbereich. Den öffnen wir jetzt mal mit STRG G. Mit einem Fragezeichen lassen wir uns einen Wert zurückgeben. Und dann schreiben wir hier mal thisworkbook.path hin. Das führen wir aus mit Enter. Und dann sehen wir, wo diese Arbeitsmappe abgespeichert ist. Nämlich in meinem Fall auf dem Desktop. Und wir möchten jetzt diese neu erstellte Arbeitsmappe auch auf dem Desktop speichern. Und gehen dann aber eine Stufe tiefer. Das machen wir mit einer String-Verkettung und dem Add-Zeichen. Dann beginnen wir neuen String. Falls du zu String-Verkettungen Fragen hast, dann schau dir gerne mein Video zu Strings an. Und hier sagen wir jetzt, wir brauchen einen Backslash. Dann nutzen wir den Namen des Werts aus der Spalte. In unserem Fall ist das ja erstmal PCchen. Und dann brauchen wir eine Dateiendung. In unserem Fall soll das .xlsx sein. Und diesen String beenden wir mit Anführungszeichen. Lassen uns den auch nochmal zurückgeben. Und sehen, dass das jetzt ein Pfad ist mit einem Dateinamen und auch einer Dateiendung, die wir verwenden können. Und das Ganze kopieren wir uns einmal heraus. Ohne das Fragezeichen. Fügen das dann hier oben ein. Okay, super. Direktbereich können wir einmal zumachen. Wir können auch den Projektexplorer mal klein machen. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Und schieben einmal die VBA-Oberfläche nach rechts. Nehmen die Excel-Oberfläche nach links. Und gehen unseren Code mal Schritt für Schritt durch. Das machen wir mit F8. Wir springen also zuerst in die Prozedur. Dann wird unsere Tabelle in die Range eingelesen. Jetzt setzen wir den Autofilter. Jetzt sehen wir, dass diese zweite Spalte wirklich komplett nur noch den Wert PCchen hat. Wir erstellen eine neue Arbeitsmappe. Das sehen wir auch. Die gefilterte Tabelle wird jetzt in die neue Arbeitsmappe hinein kopiert. So sieht das aus. Das ist auch genau so, wie wir das haben wollen. Auch mit den Überschriften. Und dann wird diese neue Arbeitsmappe gespeichert und geschlossen. So, und dann beenden wir hier einmal die komplette Prozedur. Wir gucken mal auf den Desktop. Wurde die Datei auch wirklich gespeichert? Wir sehen hier filtern und kopieren.xlsm und sehen die neu erstellte Datei pcchen.xlsx. Die löschen wir jetzt noch einmal heraus und machen dann VBA noch einmal größer. Und jetzt möchten wir alle eindeutigen Werte aus der zweiten Spalte auslesen. Dazu dimensionieren wir uns weitere Variablen. Wir brauchen auf der einen Seite die Variable DIC. Das steht für Dictionary. Das ist ein Objekt. Dazu kommen wir gleich. Wir sagen aber erstmal, dass das im Allgemeinen ein Objekt sein soll, diese Variable. Dann brauchen wir eine Variable. Die nennen wir Cell as Range. Denn wir werden jetzt gleich mit einer Schleife über alle Zellen in der zweiten Spalte gehen und dort die eindeutigen Werte herausfiltern. Und dann brauchen wir gleich noch eine Variable. Die nennen wir Key. Und die soll vom Datentyp Variant sein. Variant kann erstmal alle Datentypen annehmen. Das wird uns gleich bei der ForEach-Schleife helfen. Okay. Wir möchten es weiterhin so behalten, dass wir die Tabelle in die Range einlesen. Das soll unser erster Schritt sein. Und dann möchten wir alle eindeutigen Werte auslesen. Das machen wir mit einem Dictionary. Ein Dictionary müssen wir jetzt erstmal genauer dimensionieren. Wir sagen also setDIC ist gleich createObject, Klammer auf Anführungszeichen, scripting.dictionary. Okay. Damit haben wir ein Dictionary. Und das Dictionary hat für uns die sehr gute Eigenschaft, dass alle Keys, die wir dort speichern, alle Werte, die müssen eindeutig sein. Und wir werden jetzt mit einer ForEach-Schleife über alle Zellen in unserer zweiten Spalte gehen. Das machen wir also mit ForEachCellinRange, Klammer auf. Wir gehen jetzt auf unsere intelligente Tabelle, also Anführungszeichen TBL-Produkte. Und hier auf die zweite Spalte, beziehungsweise auf die Spalte mit dem Namen Produktname. Das können wir jetzt nochmal mit eckigen Klammern zumachen, beenden das Ganze mit Anführungszeichen, Klammern zu. Jetzt haben wir also eine ForEach-Schleife über alle Zellen in der zweiten Spalte. Die ForEach-Schleife beenden wir mal mit NextCell. Und für jede Zelle möchten wir diesen Wert ins Dictionary einlesen. Und das Dictionary wird sich aber nur die eindeutigen Werte merken. Und das machen wir über DIC, Klammer auf, Cell.Value, Klammer zu. Und jetzt brauchen wir zu jedem dieser Werte, das sind sogenannte Keys in unserem Dictionary, einen Wert. Der ist für uns nicht relevant, wir müssen ihn aber vergeben, damit das Dictionary funktioniert. Wir sagen also, hier ist gleich 0. Und jetzt gucken wir uns einfach mal das Ergebnis an. Wir setzen einen Haltepunkt beim Autofilter setzen. Das heißt, hier wurden jetzt die eindeutigen Werte schon ins Dictionary eingelesen. Wir drücken einmal F5, halten dann hier und gucken uns das Dictionary mal an. Das machen wir über Ansicht, Lokalfenster. Hier sehen wir jetzt alle Objekte, die wir gerade definiert haben. Und da ist auch unser Dictionary drin. Wir öffnen das einmal, sehen zum Beispiel die Count-Eigenschaft, also wie viele Elemente sind in dem Dictionary. Das sind gerade drei bei uns. Und dann sehen wir auch die einzelnen Items. Und zwar ist das PCchen, IVV und Art Super. Das ist also genau so, wie wir das haben möchten. Wir schließen das Lokalfenster nochmal, setzen die Prozedur zurück. Und jetzt brauchen wir eine zweite ForEach-Schleife, mit der wir über alle Werte in diesem Dictionary gehen. Und dann möchten wir die Schritte, die hier drunter auch sind, also Autofilter setzen, neue Arbeitsmappe erstellen, gefilterte Tabelle in neue Arbeitsmappe bringen und die neue Arbeitsmappe speichern und schließen, die möchten wir für jeden eindeutigen Wert nochmal machen. Das heißt, wir nehmen uns das hier einmal mit einem Tab, rücken wir das einmal nach rechts ein, damit wir wirklich sehen, was passiert hier in dieser ForEach-Schleife. Hier schreiben wir auch einmal Schleife über alle eindeutigen Werte und sagen ForEach-Key in DIC.keys, also der Sammlung aller Keys, das waren unsere Items, die wir gerade gesehen haben, möchten wir jetzt diese Schritte ausführen. Wir beenden die ForEach-Schleife direkt mal mit Next-Key unten. Und dann gehen wir diese Schritte mal durch und gucken, was wir jetzt verändern müssen. Den Haltepunkt nehmen wir erstmal heraus. Wir möchten jetzt nicht PCchen immer ansprechen, sondern wir möchten unseren Key ansprechen. Wir ersetzen also PCchen durch Key. Beim nächsten Schritt neue Arbeitsmappe erstellen, ändert sich nichts, genauso wie bei den gefilterten Tabellendaten in die neue Arbeitsmappe zu kopieren. Aber wenn wir das Ganze abspeichern, dann haben wir hier ja den Namen PCchen drin. Und den möchten wir jetzt dynamisch gestalten. Das heißt, wir nehmen den hier einmal raus, beenden diesen String und setzen dann einen neuen String heran, nämlich Key und verketten das nochmal mit der Dateiendung, also .xlsx. Und hier müssen wir am besten aufpassen, dass das Ganze immer ein Anführungszeichen ist, also dass das hier ein String ist und auch der Backslash. Okay, und damit sind wir tatsächlich schon fertig. Wir schieben das Ganze einmal nach rechts. Dann gucken wir uns hier mal an, was auf dem Desktop passiert. Wir führen das Ganze einmal mit F5 aus. Und dann wird sowohl die Datei PCchen als auch die Datei Azopa und IVV erstellt. Wir gucken einmal in die Datei IVV herein und sehen dann, dass sie genau so aussieht, wie wir das haben wollen. Also nur die Daten, bei deren Produktname IVV vorkommt, sind jetzt hier drin gespeichert. Und falls dich nicht nur interessiert, wie wir mit dem Autofilter arbeiten können, sondern auch mit dem erweiterten Filter, dann schau dir gerne mein Video dazu an. Dort erkläre ich erstmal, was der Autofilter ist, warum wir ihn einsetzen sollten und dann zeige ich dir auch, wie du ihn einsetzen kannst. Ich wünsche dir jetzt noch einen sehr schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal.